Was geht ab? Bitte willkommen bei einem neuen Video und heute haben wir endlich die PP29 freigeschaltet hier und wir haben ein paar Gameplay aus dem Stream, ich hoffe es gefällt euch, lasst gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Battlefields sehen wollt. Ja, ich hab ein paar Sachen zusammengeschnitten, ich hoffe es gefällt euch und schaut gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei, Cheetah Nummer 1 und damit bin ich raus, wir sehen uns, viel Spaß beim Video. Orbital, oh je, siehst du, da hast du deine Map, da ist sie doch. Ja, aber Rush, hast du Durchbruch? Jawel, den hab ich noch nicht gespielt. Was? Was hat er uns erwischt? Hey, Digga, von wo treffen die denn? Ja, da hinten hat er zwei direkt. Vor allem, von wo die mich denn sehen überhaupt? Was ist denn da, was ist denn hier los? Hier ist einer, oh hier sind mehrere, Alter. Ja, die Puschläge sind gerade, Digga. Ich muss mal kurz den Zigeuner hier vorfahren, hinter mir. Bei mir macht er einfach keinen Schaden, Mann. Diese scheiß Gun, ich verstehe es nicht. Oh, da rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, ne, hinterm Auto. Ich hab den, ich hab den Sniper. Oh nein, 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 der macht C4, ne? Wo, wo? Ich seh den nicht, der wusste ja. Ja, C4, C4 von links. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Warte, ich geh mal, ich push mal vor. Ich probiere, wenn ich sterbe, dann komme ich in Reparaturset. Der P ist dicht, Digga, hier ist ein Bandstrau hinter mir. Alter, diese Pistole ist ja mal richtig geil. Ich glaub, die Pistole ist nicht verpackt. Rücke oder was ist das? Wir gehen aber nicht. Alter, im Wald, ja, ja. Mann. Was für Rakete, Mann, du bist hier. Ah, du bist nicht mehr drin, ne? Ne, ich bin vorgepusht. Ich bin schon bei A2. Alter, diese Waffe. Scheiße, das ist, Digga, überall immer nur Raketenschüssel, Digga. Du kannst gar nicht reinig fahren, Mann. Diese Waffe unnormal hier. Unserer Kräfte-Antagion von Alpha 2. Hä? Kann ich ihn nicht überfahren? Hä, was war das denn, Digga? Da hinten, ich kann... Der Panzer, weg. Wie meinst du, der Panzer weg? Ah, bei mir, bei mir fliegten die Sachen da hinten rum, alles. Ich spotte, ne? Er bringt das was? Hast du nicht das? Ja, Mann. Ich sehe einfach alle, Digga. Ja. Mega, aber ich will nicht leben und so. Also warte, ich probiere, Digga. Okay, perfekt. Ja, ich repariere dich. Müsste einer spotten wieder, jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, ich gehe wieder rein. Ah, nein, jetzt habe ich... Jetzt sitzt ein anderer, der andere doch nicht. Ich bin jetzt hier am Ghana. Ach so, das ist unsere, okay. Ja, dann müsste ich noch gehen. Oh, bei uns spottet jetzt wieder einer, glaube ich, ne? Oh, da oben. Gleich komme ich ihn vom Berg runter, ey. Ich komme ihn auch gleich. Was ist mit denen falsch hier? Ich erzähle. Ja, hier oben, ey. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Das Problem ist, ich mache keinen Schaden. Ich verstehe es nicht, Mann. Ist da oben wieder einer? Ja, nee, ne? Doch, da sind doch, da steht einer. Ja, ja, da ist wieder einer. Oh, sehr gut. Hey, hey, job. Noch einer. Ja, ich erlebe so einer. Einfach so eine fette Panzer. Digga, hä? Hier steht einfach ein Panzer und keiner nimmt ihn. Ja, okay, dann nehme ich ihn. Bei meiner Markierung. Boah, wie hoch muss ich ziehen? Schade. Reparieren wir mal mit Panzern, dann geht das. Ja, da hast du noch einen, das ist ein 2, das ist ein 2, Alex. Wir haben schwere Fall- und Sanitätsvorräte! Aber hier kannst du auch reparieren von der Seite, wenn du mal Beifahrer bist. Wie damals schon. Äh. Not dann. Bam! Drei Kisch. Ja, was geht ab? Bist du mit Jet unterwegs, oder was? Kini, Wilbert. Ach so. Der heißt ja jetzt anders, aber... Der Scout Hegel, der ist halt so stark, wenn ich... Ja. Wie ist denn der Hoverboard hier hochgekommen? Also der kann am Auto, wie heißt es am Haus, hochschweben. Ja, genau. Meine kann echt? Ist klar. Ist klar, Alter. Warte. Ich will das probieren. Das geht wirklich. Den Jens, laber doch nicht. Doch, komm, wir probieren. Warte. Ich zeige dir. Ja, zeig mal. Ich höre dir zu. Ja, Moment. Moment. Doch, doch. Ich muss... Wahrscheinlich hat er den oben einfach nur angefordert. Kann auch sein. Aber... Aber normalerweise muss das mit Schwung vielleicht gehen. Warte. Warte. Ich will probieren. Nein, komm schon. Langsam. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Guckst du mir zu? Nee. Warte nicht, nee. Ich brauche mehr Schwung. Mehr Schwung. Warte, guckst du mir zu. Hä? Oha, was? Hä? Hä? Aber wenn du mit Schwung halt anfliegst, dann geht das schneller. Ich bin jetzt vom Stand hoch beim Fahren. So, hier... Pass auf, und jetzt seitlich so. Jetzt. Warte, jetzt fliege ich. Achso, ja. Schade, Mann. Ja, den Panzer wieder. Jawoll. Schade, Digger. Was? Wie soll der nicht tot? Das ist geil, Alter. Die verhindert die sind. Die bremen sich jetzt immer alle wieder. Und ich töte die einfach. Los, bedenkt euch wieder, ihr Penner. Hey, ich kann nicht mehr fliehen. Die Leute, die lange braucht ihr meinen Hauptgang zum Nachladen, Läger. Belastend. Nein, hat er mich. Schade. Wir verlieren, ne? Wie es aussieht. Ja, sie muss ich die Ticket sein, das gut noch. Ach, da sind diese so flamend, die ich... Ja, aber wir sind jetzt... Wir sind jetzt vorgepusht, also ich hoffe. Ja, die sind heftig. Ja, ich muss gleich gucken. Ja, ich bin hier voll im Gefächt, alter C1 annehmen. Alles gut, ja. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Scheiße. Ja. Ja, ein Streamer. Ich halte dich nicht. Ich halte dich nicht. Ja, ja, tja. Nur ich höre ihn. Exklusiv. Erst mal laufen, ne Stunde. Ach, wir müssen verteidigen. Junge, ich denke, die ganze einnehmen, einnehmen. Denn ich bin vorhin weggelaufen. Das soll man machen. Oh, ich habe jetzt endlich die P. P20 oder P29, Mann. Ja, fühlt sich okay an. Nein, nicht. Ich glaube, hier bringt Sniper am meisten was, glaube ich, jetzt verteidigen. Oh, guck mal, hinten pushen sie alle durch. Feuer. Ich habe einen von denen. Was? Scheiße, wie der Hund, Mann. Kann ich meinen Hund rufen? Kann ich nicht. Okay, sehr gut. Alter, die Waffe ist ja richtig krank, ne? Saison halt, ne? Also, warte, ja gut. Oder welche meinst du? Der DP, äh, DP 29 oder was da. Markiert, wo der hinkommt. Okay, Scheiße, ist kaputt. Nein. Scheiße, vor mir war das. Ich dachte von rechts. Ja, das Spotten ist echt gut, Mann. Komm, wir fahren die doch. Ach so. Ja. Ja. Nein, ich muss doch schossen, Digga. Das war ein Farschloch. Okay, ich hab. Hab die beiden. Oh, Junge, was? Komplett lost der Typ. Nein, 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 hinter mir. Nein. Nein. Boah. 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 ja klar ich krieg mir fünf meisten voll viele gegner befinden wenn man die sterben die 50 jockey fünf jahre ist schon okay schon gut ja haben wir verteidigen auch gut besichtungen das ist 38 viel mehr aber ja das glaube ich die nein ich habe mit dem